Hallo, willkommen zur Discovery-Tour im Wikinger-Zeitalter. Wie die tapferen Skandinavier, die auf der Suche nach neuen Horizonten ihre Heimat auf Langschiffen verließen, erwartet auch dich eine abenteuerliche Suche nach Wissen. Denn Wissen ist Macht. Drei Jahrhunderte lang stachen Abenteurer auf der Suche nach Handel, Land und manchmal Beute in See. Das hat die Welt für immer verändert und ist bis heute spürbar. Diese Abenteurer nennen wir Wikinger. Manche erinnern sich an sie nur als brutale Krieger und gnadenlose Eroberer. Doch es gibt viel mehr über ihre reiche und vielfältige Kultur zu entdecken. Die Geschichte erwacht für dich zum Leben. Durch die Augen derer, die sie erlebt haben. Nordische Händler, die ihr Glück machen wollen. Ein angersächsischer Mönch, der nach dem Sinn seines Lebens sucht. Und sogar König Elfret persönlich. Du folgst sowohl ihren kleinen als auch großen Taten in dieser ereignisreichen Zeit. In Ländern, die uns heute als England und Norwegen bekannt sind. Aber keine Angst. Die Discovery-Tour im Wikinger-Zeitalter ist ein ungefährliches Erlebnis ohne Kämpfe. Und nur du selbst bestimmst das Tempo. Ihr Inhalt basiert auf den jahrelangen Recherchen des Assassin's Creed Valhalla-Teams und wurde gemeinsam mit renommierten Historikern und Wissenschaftlern zusammengestellt. Im Namen des gesamten Entwicklerteams wünschen wir dir viel Spaß mit der Discovery-Tour im Wikinger-Zeitalter. Das ist so eine Menge Arbeit, was sie da reinstecken, ne? Möge die See dir auf deinen Reisen gewogen sein. Das finde ich halt mega geil. Ich finde diese Discovery-Tour, was sie so da reinbringen, das finde ich wirklich mega cool. Wie meine ich mich hier lernen hier und so... Eide und Ehre. Doch bevor er aufbricht, muss er sich um seine Geschäfte kümmern und die Versammlung freier Männer besuchen. Also spiele ich jetzt jemanden nach oder was? Das ist auch neu. Was finde ich cool. Ich mag's, ich liebe das. Das haben wir in Odyssey auch gemacht. Origin habe ich halt, wie gesagt, aufgenommen. Da wurde auch über Pyramiden und alles erzählt. Dein Vater wäre sicher bereit, auf den Hof zu kommen und zu helfen. Die haben das jetzt... ...monate auf Raubzug sein, nicht Jahre. Deine Handelsreisen sind länger. Das Gehöft und ich sind noch da, wenn du zurückkehrst. Und ich werde zurückkehren. Wenn nicht, komme ich dich holen. Tröck, hast du noch irgendwelche Fragen, bevor ich gehe? Nein. Ich behüte Gunhildas guten Ruf, während du weg bist. Ich bezweifle, dass sie dabei Hilfe braucht. Und doch ist es gut zu wissen, dass du hier bist. Komm, Thorstein. Der Markt wartet auf niemanden. Ich komme, meine Liebste. Das ist jetzt aber neu. So eine Geschichte. Also, die haben... Sonst haben wir doch immer irgendwelche... Ich komme, Gunhilda. Gunhilda. Sonst haben wir doch immer so random NPCs nutzen können. Aber das hier hat ja sogar eine eigene Story. Geil. Das ist ja cool. Hallo, Godmoon. Interagiere mit Entdeckungsorten, Einblicke hinter die Kulisse und Wissenseinträge, um mehr zu historischen Fakten und der Entwicklung von Assassin's Creed bei Hala zu erfahren. Du kannst dir jeder zweite Menü erneut ansehen. Nein, das ist kein DLC. Das gehört zu Assassin's Creed einfach dazu. Diese Discovery Tour. Das ist... Das bringt dir immer ein halbes Jahr, Jahr später rein. So, Stavanger wurde als Naturhafen an der Südwestküste Skandinavien erbaut. Es ist zwar nur ein wenig über seine Geschichte in dieser Epoche bekannt, doch das, was bekannt ist, inspirierte Schlüsselereignisse von Assassin's Creed bei Hala. Eieiei. Er stand Pate für den schändlichen Kjotvi, den Grausamen, dessen Taten in Assassin's Creed bei Hala, die Spielenden auf einen Rachefeldzug schicken. Ich kann schon gar nicht lesen. Um Stavanger, ich spreche das bestimmt auch falsch aus, tut mir leid, in Assassin's Creed zu erschaffen, ließ sich das Entwicklungsteam von Handelsplatz in Kaupang, hier abgebildet, nahe der heutigen Stadt Oslo in Norwegen, inspirieren. Cool. Sklaven reden, Gunnhilder. Wenn er zu seiner Familie zurückkehrt und sagt, wir hätten ihn misshandelt, fordern sie mich vielleicht zum Zweikampf. Ich will doch nicht hier. Warum sind hier Stufen? Neu. Wie cool ist das denn gemacht? Das ist einfach eine eigene kleine Map hier. Im Hauptmenü, ähm, Discovery, ähm, das ist ein Discovery-Modus. Das ist im Hauptmenü. Ganz unten. Zweikämpfe, bis du besser mit dem Schwert umgehen kannst. Auf dieser Reise. Warte mal. Alter, wie geil ist das denn? Wir sitzen eine Weile hier, sag ich euch jetzt schon. Wir sitzen hier eine Weile. Alltag, 32 Sachen. 32, Krieg und Politik, Religion und Magie, 22, 25, 14, 8, 12, äh. Die von Addis hat auch irgendwie sechs Stunden gedauert. Ja, wir haben ja Zeit. Unsere Feinde kämpfen vielleicht nicht mit stumpfen Klingen, doch er hat mir versichert, dass sie lange nicht so wild sind wie die Kinder von Stavanga. Meinst du, die Kinder, die dich gehauen haben, als du schliefst und dann lachend weggerannt sind? Falls ja, solltest du dich in Acht nehmen. Wir waren freie Männer und Handwerker und bildeten die Hauptgesellschaftsschicht des frühmittelalterlichen Skandinaviens. Sie arbeiteten mit den Frauen ihrer Haushalte auf ihren Gehöften. Das ist alles... Also die Discovery Tour ist jetzt komplett anders als die vorherige. Ich muss sagen, ich finde die richtig cool bis jetzt. Nice, ey. Neun Stunden waren es sogar auf. 864 beanspruchten viele kleine Königreiche die Westküste Skandinaviens für sich. Sie kämpften um Macht und Reichtum. Der Mann, der sich dies alles erkämpft hat, war Goldroger, der König der Piraten. Und viele wollten eine wertvolle Seestraße beherrschen, den Nordweg. Oh, ich muss so viel lesen, ich hasse jetzt schon alles. Ein Frachtschiff, das vom Nordweg folgte, verließ den Fjord von Oslo, durchquerte das Skarirak und gelangte so zur Nordsee. Dann hielt es sich nah an der dem Atlantik zugewanderten Küste bis zum Nordkap und darüber hinaus, um schließlich auf dem Weißen Meer anzukommen. Um an der Macht zu bleiben, war es für Könige wichtig, dass ihre Verbündeten und Gefolgsleute weiterhin in Wohlstand lebten. Die Herrschaft über einen Teil des Nordwegs konnte einem König helfen, weiterhin Reichtümer anzuhäufen und die Gefolgschaft somit bei Laune zu halten. Die Kontrolle über dieses Gebiet erlaubt es den jungen König Harald, die Handelsroute zu beherrschen und zu großer politischer und gesellschaftlicher Macht zu gelangen. Diese Karte zeigt die Gebiete, welche Harald Schönhaar entlang des Nordwegs gehörten. Norwegische Küste, Ligra, Seim, Härtler, ja, ihr könnt die Namen selber lesen, ich kann die nicht, äh, also jetzt komplett die ganze Küste da beherrscht. Ein Fehler war ein rechtlich bindendes gemeinschaftliches Geschäftsbündnis. Er wurde vor zwei oder mehr Leuten gegründet und die Mitglieder wurden oft zu eng vertrauten. Das englische Wort Fellowship kommt aus dem altnordischen Felag, Felög, wurden aus verschiedenen Gründen gebildet, darunter der Bau eines Bootes oder die Finanzierung einer Seereise. Auch ein verheiratetes Paar kann so bezeichnet werden. Ein Felag war wie eine zweite Familie. Jeder Felagi, wie die Mitglieder solch einer Gemeinschaft genannt wurden, beschützten die anderen und ihre Interessen. Wurde ein Felagi getötet, übte einer der anderen Rache, kümmerten sich um die Bestattung oder ehrten das Andenken durch Aufstellen eines Runsteins. Dieser Runstein wurde von drei überlebenden Mitgliedern eines Felags aufgestellt, um ihrem Partner zu gedenken, den sie den unschändlichsten aller Männer nannten. Interessant, das wusste ich jetzt auch noch nicht. Du bist verdammt gut, ja. Also die Discovery Tour von Assassin's Creed, sei es jetzt Odyssey oder Origin, das machen die echt wirklich sehr, sehr gut. Ich finde sogar diese Discovery Tour sogar jetzt noch besser, weil das mit einer eigenen Story auch ist. Nicht einfach so durchgeführt und der Erzähler erzählt dir alles. Sondern so eine eigene kleine Story, das ist schon geil. Das ist interessant. Ja, deswegen mache ich das. Kann man ein bisschen was lernen, wenn man Interesse an Wikinger und so hat. Das Land von Eis und Schnee. Dass Skandinavien im Zeitalter der Wikinger als Land von Eis und Schnee dargestellt wurde, wird oft angenommen, dass die Skandinavier ihre Heimat verließen, weil der Boden unfruchtbar und alles gefroren war. Die Wahrheit ist komplizierter. Boah, schön, ey. Das ist so schön. Skandinavien bestand damals nicht nur aus Eis und Schnee. Es gab auch lebendige grüne Landschaften, wie diese norwegischen Inseln. Tatsächlich war der Boden entlang der Küste und im Süden recht fruchtbar und konnte reiche Ernten hervorbringen. Jedoch waren sie nichts im Vergleich zu den in den fränkischen oder angelsachsischen Königreichen, was einen zusätzlichen Anreiz bot, dort einzufallen und diese Lande zu besiedeln. Ja, das kann gut sein, Project. Ich muss nur die Aussprache wissen, dann ist alles gut. Ich glaube, ein Tempel fehlt mir noch, Benni. Alltag. In Skandinavien des Mittelalters erfreute man sich an Spielen und anderen Freizeitaktivitäten. Diese Sportarten waren jedoch kein reiner Spaß. Sie waren eine Gelegenheit für die Teilnehmer, ihr taktisches Können, ihren Verstand und ihre körperliche Kraft zu trainieren. Brettspiele waren oft Strategiespiele wie Schach oder Dame. Im Spiel, keine Ahnung, oder auch Tafel, kontrollierte ein Spieler einen König und dessen Leibgarde und musste sich gegen die angreifenden Figuren des anderen Spielers verteidigen, die an den vier Seiten des Bretts aufgestellt waren. Diese Figur des Tafelspiels bestand aus Knochen. Es wurden aber auch andere Materialien verwendet, zum Beispiel Holz- oder Walrosszähne. Die im damaligen Skandinavien betriebenen Sportarten waren meist sehr körper- und wettbewerbsbetont und erforderten Stärke, Ausdauer und Beweglichkeit. Einer dieser Sportarten war Klima, eine nordische Art des Freistilrings, bei der beiden Wettstreiter versuchen mussten, den Gegner auf dem Boden festzuhalten. Auch Skifahren war im alten Skandinavien sehr beliebt. Figur freigeschaltet, Gunilda, geil. Wie man ein tausend Jahre altes Brettspiel wiederbelebt. Auch Krieger dürfen mal spielen. Tatsächlich scheint es so, als hätten Wikinger Brettspiele gespielt, bei denen kleine Objekte geworfen wurden, etwa geschnitzte Holzfigürchen. Doch unser Team konnte leider keine klaren Regeln für solche Spiele finden. Aber die Entwicklerstudios aus Singapur, Chengdu und Montreal gaben die Hoffnung nicht auf. Sie entwarfen gemeinsam neue Regeln und testeten sie in einem Brettspiel-Simulator. Das ist sehr praktisch, denn da können die Verlierer nicht mit Figuren um sich werfen. Das ganze Team konnte die Entwicklungsschritte von Urluck 2.0 miterleben und sich daran erfreuen. Dann wurde ein erster greifbarer Prototyp mit übermalten Würfeln angefertigt und das Urluck-Spiel wurde neu geboren. Und die Urluck-Version von Assassin's Creed Valhalla war so beliebt, dass sich Ubisoft mit Pure Arts zusammengetan hat, um echte Urluck-Sets zu produzieren. Ich will haben! Gib hier! Ich will auch! Urluck! Uh! Geil, ey. Mal kaufen wir das? Ja, wo gibt's das? Gion und Magie. Ein Hamini-Kia war der Geist der Familie und für ihr Glück und ihren Vollstand zuständig. Der Hamini-Kia verband jedes Familienmitglied mit den anderen. Glück konnte mit Familie und Freunden geteilt werden. Heute aber seine... Hatte aber seine Grenzen. Die Hamini-Kia mussten sorgsam und respektvoll behandelt werden. Wenn sich eine Person oder Familie schlecht verhielt, konnte sich ihr Glück wenden und ihr Wohlstand ein Ende nehmen. Die Legenden nach erschienen die Hamini-Kia oft als riesige geisterhafte Frau, so wie in diesem Konzeptbild. Die bösen Geister-Ladies. Geist. Nicht pay show bestellen. Amazon hatte das mal. Geil. Steht nur 40. Geil! Runen waren sowohl magische Symbole als auch Buchstaben eines Alphabets. Wurden sie in einem Stein eingraviert, erschuf man damit einen Runenstein. Das altnordische Wort Runen bedeutete heimes oder esoterisches Wissen. Gemeinsam bildeten die Runen das Futark, das Runenalphabet. Jede Rune hat seine einzigartige Bedeutung. Die Rune Wunjo zum Beispiel, die auf diesem kleinen Blutstein eingraviert ist, steht für den Laut W, symbolisiert aber auch Freude oder Verwandtschaft. Wie mit jeder anderen Schrift konnten auch mit Runen Erinnerungen und Geschichten für die Zukunft festgehalten werden, indem sie sie in Stein meißelten, stellten die Skandinavier sicher, dass ihre Geschichten die Zeit über dauern würden. Runensteine erzählten verschiedene Geschichten. Sie konnten auch Menschen und Ereignisse ehren. Manchmal gaben Frauen Runensteine im Auftrag, um an den Mut ihrer Männer und Söhne zu erinnern, die in der Schlacht oder auf dem Meer ihr Leben gelassen hatten. Ja, ich weiß noch, was das ist, Project. Holzkode wurde als Brennstoff beim Schmieden verwendet. Das Holz wurde über viele Stunden in einer Grube belassen, um dort zu brennen und zu verkohlen, ehe es zur Schmiede gebracht wurde. Wenn brennendes Holz Sauerstoff ausgesetzt ist, wird es zu Asche. Um das zu verhindern, bedeckten die Skandinavi ihre Feuergruben mit Torf, wodurch keine Luft zugeführt wurde. Dies stellte ihren Vorrat an Brennmitteln sicher. Hier ist eine moderne Nachahmung dieser alten Technik. Gut. Mode. Mode war im mittelalterlichen Skandinavien eine Art, den eigenen Reichtum und Einfluss zur Schau zu stellen. Der Schmuck einer Person sowie die Farben ihrer Kleidung waren wichtige Statussymbole. Textil mit intensiver Färbung waren kostbar, denn das bedeutete, dass das Material mehrmals gefärbt werden musste. Da das Färben ein kostspieliger Vorgang war, war farbenfrohe Kleidung ein Zeichen für Reichtum. Manche Farben waren ganz der gehobenen Gesellschaft vorbehalten. Archäologischen Erkenntnissen zufolge wurden vor allem blaue Farbtöne fast ausschließlich von sehr reichen Menschen getragen. Schmuck war ein weiteres Zeichen für einen hohen sozialen Status. Je teurer der Schmuck, desto reicher sein Besitzer. Größte Material und Qualität der Schmuckstücke bestimmten ihre Wert. Silber war das am häufigsten für Schmuck verwendete Metall. Gold wurde nur von sehr reichen Personen getragen. Aber auch gefärbtes Glas oder Steinperlen waren beliebte Modeaccessoires. Der Lieferantensimulator ist ganz schön anstrengend. Hast du ihn damals im Stream durchgezogen? Ja, habe ich. Habe ich Tatsache. Und ohne Jetpack. Ohne Jetpack, ja. Die Familie war der Grundpfeiler der alten skandinavischen Gesellschaft. Die spirituelle und rechtliche Identität einer Person war mit der Familie und dem Erbe verknüpft. Familienmitglieder hatten mehr als Blutbande gemeinsam. Sie waren durch einen Geist verbunden, der Haminigia genannt wurde. Das war früher für den Wohlstand und das Glück der Familie zuständig, also dieser Geist. Doch Familie zählte mehr als nur der spirituellen Ebene. Sie definierte eine Person auch in den Augen des Gesetzes. Regeln über zum Beispiel Landbesitz und Vererbung drehten sich eher um die Familie als um das Individuum. Eine Person, die ihre Vorfahren nicht kannte, war rechtlich nicht anerkannt. Es war üblich, die eigene Sippe zu ehren, indem man die Geschichten und Taten der Toten und auch die Lebenden auf den Ruhnstein wie diesem verewigte. Die waren irgendwie viel mehr miteinander verbunden, das finde ich schon krass. Ich kann die Person auch Wechseln. Ich kann sogar Odin nehmen. Ich kann sogar mit Freya hier rumlaufen und mit Thor. Cain. Das Thing, oder Ting, je nachdem wie wir dies aussprechen, war die Versammlung aller freien Nordmänner. Sie besprachen Politik, Krieg und Handel und agierten auch als Gerichtshof. Es wurden Regeln aufgestellt über Verbrechen, geurteilt und Strafen verhangen. Äh, Ting fanden das ganze Jahr über statt. Der Häuptling oder König hatte immer den Vorsitz. Ihm zur Seite stand manchmal ein Rechtskundiger, der Godi, der alle Gesetze auswendig kannte und ihn auch gelegentlich vertrat. Gesetze mussten erinnert werden, weil die Skandinavier zu jener Zeit keine schriftlichen Gesetzestext hatten. Jeder freie Mann hatte das Recht, beim Ting oder Thing offen zu sprechen. Er durfte seine Meinung mitteilen, Fragen stellen und sich zu gesellschaftlichen Themen äußern. Zudem konnte er Gerechtigkeit für Verbrechen oder Beleidigungen verlangen. Obwohl alle freien Männer das Recht hatten, angehört zu werden, konnten die wohlhabenden Mitglieder des Ting-Ich ihren Einfluss einsetzen, um die Entscheidung der Versammlung zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Also ist er wie heute sozusagen, ne? Als die Skandinavier Island besiedelten, hielten sie ihren Ting auf den Ting-Illia, ich kann das nicht aussprechen, ab, dem Versammlungsfeld. Hier ist ein Foto, auf dem das war oder so. Ja, geil. Nee, war damals gerechter. Ja, ich weiß nicht. Gab's bestimmt auch Ausnahmen. Die Erschaffung Eivors. Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Bei der Entwicklung eines Hauptcharakters zählt jedes Detail, Persönlichkeit, Hintergrund, Eigenarten. Eivor Wolfsmal musste eine sichtbare Narbe haben, sowie Tätowierungen, die für vergangene Erlebnisse, Glaubenssätze und die Clan-Zugehörigkeit stehen. Es wurde ein Moodboard mit verschiedenen Referenzen erstellt. Von Furiosa aus Mad Max bis Major Motoko Kusanagi aus Ghost in the Shell, mit dessen Hilfe Konzeptzeichnungen und Entwürfe für die Form und Silhouette angefertigt wurden. Danach kümmerte sich das Character-Modeling-Team um Details wie Haare, Tattoos, Monturen und sogar Ledernähte und das Animationsteam um Bewegungen, Gestik und Mimik. Zu guter Letzt wurden Magnus Brun-Nielsen und Cecilie Stenspiel als Sprecher bzw. Sprecherin gecastet, um Eivor angemessen zu vertonen. Es lebt! Es lebt! Wow, es lebt! Okay! Motoko ist da aber weniger drin. Man kann aber sehen, was die da alles eigentlich für Arbeit reinstecken, aber die Umsetzung manchmal vom Spielerlebnis her, also mit den Bugs und so, das ist halt das, was das da wieder ein bisschen kaputt macht. Das finde ich immer schade. Weil die stecken da eigentlich schon Arbeit rein. Wenigstens Humor hat Ubisoft, ja. Ja, das hat man schon bei Eivor gesehen. Mit manchen Sprüchen und so und diese Spottstreite, also das war schon ziemlich lustig. Da kann man nichts gegen sagen, das fand ich super. Oh, da oben ist nur eins. Kann ich dann eine Schnellreise machen? Kann ich mit ihm runterspringen? Nur die Frage, wo? Oh Gott. Ja, nice. Jetzt singen wir uns was Schönes. Musik ist der Herzschlag des Valhalla-Erlebnisses. Sie definiert Gebiete und Stimmungen. Um die Wikinger und Angelsachsen voneinander abzugrenzen, bedient sich die nordische Musik eher bei Ritualen und Alltagsgeräuschen, während sich die englische eher an Kirchenmusik orientiert. Schrecklich. Insgesamt wurden in Zusammenarbeit von Jesper Küt, Sarah Schechner und Aina Selvig fünf Stunden Musik komponiert. Doch damit nicht genug der Musik. Zur fast schon ekstatischen Freude der Fans von Assassin's Creed Black Flag gibt es auch dieses Mal wieder Seemannslieder. Sie erklingen, wenn Eivor auf dem Langschiff reist und werden von Aina Selvig persönlich gesungen, dem Skalden Bragi im Spiel. Ja, hier erfährt man halt nicht nur so von den Wikingern selbst, sondern auch vom Spiel, wie die es entwickelt haben und sonstiges. Das ist doch nicht schon nice. Musik ist auch voll geil, ne? So, dann haben wir das noch und dann müssen wir von Hilda folgen. Oder wollen wir das hier alles komplett... Ich will ja alles komplett sehen. Dann muss ich jetzt hier aber runter, ne? Jetzt müssen wir ein bisschen nach unten laufen. Aber ich darf ein Pferdchen holen. Ja, also, ich darf ein Pferdchen holen. Ich muss ein Pferdchen holen. Ich muss ein Pferdchen holen. Ich muss ein Pferdchen holen. Mhm. Ich glaube auch, dass das hier wieder ein paar Stunden gehen wird. Aber das wollte ich ja sowieso machen. Passt halt so gut, dass das Cross-Over vielleicht doch nicht so lang war. West-Skandinavien war mehr als nur einer von Schnee und Eis bedecktes Land. Viele Familien lebten von Landwirtschaft und Viehzucht, doch Land war gefragt und nicht in Massen vorhanden. Grundbesitz verschaffte jemandem einen hohen Status in der nordischen Gesellschaft. Die reichsten Skandinavier kontrollierten riesige Gebiete. Land konnte sowohl die Macht als auch den Reichtum einer Person erhöhen, was es sehr begehrt machte. Es war außerdem sehr schwer zu bekommen. Nur wenig Land in Skandinavien war unbar und für den Anbau von Getreide geeignet. Zudem war der nordische Grundbesitz eine komplizierte Sache. Man glaubte, dass jemanden, jemanden des Vorfahren weiterhin ihren Familienbesitz bewohnten, auch nach dem Tod. Aus diesem Grund war es nicht möglich, Land unter den Kindern aufzuteilen, wenn ein Elternteil verstarb. Es durften immer nur von einem einzigen Familienmitglied besessen werden. Somit konnten viele Leute kein Land erben und waren versucht, Skandinavien zu verlassen und an einen anderen Ort Land zu suchen. Einige fanden vielleicht einen Neuanfang in einer Gemeinschaft wie der hier abgebildeten, einer fiktiven Siedlung in Northumbria. Cool. Cool. Hm? Oh, warum werde ich denn mal genervt, wenn ich streame? Körperpflege Im mittelalterlichen Skandinavien achtete man auf das Aussehen, nahm gerne Bäder und pflegte Haare und Bärte. Männer schnitten und kämpften ihre Haare. Die Kämme, die sie dafür benutzen, waren von hoher handwerklicher Qualität und bestanden aus Holz, Metall oder auch Knochen, wie hier im Bild zu sehen. Außerdem flochten sie ihre Bärte und spückten sie mit Perlen. Auch Frauen pflegten ihre langen Haare, flochten und frisierten sie. Sowohl Männer als auch Frauen badeten regelmäßig. Ja, das ist ja schön. Diese Standards für Körperpflege waren für Menschen mit einem hohen sozialen Status naturgemäß leichter zu erreichen, denn sie hatten mehr Zeit und Geld für Hygiene. Aber, glaube ich, kann schon kacke sein. Jeder Freie an Bord des Schiffes inklusive des Käpt'ns hatte das gleiche Maß an Verantwortung und Mitsprache bei Entscheidungen. Wenn es aber um die Verteilung von Reichtümern ging, verschwand die Gleichheit schnell. Das größte Tortenstück ging an den Besitzer des Boots. Manchmal war das der Käpt'n oder Steuermann, aber nicht immer. Wenn mehrere Leute bei der Finanzierung der Fahrt geholfen hatten, wurde der Ertrag gemäß der Größe der Investition verteilt. Je mehr Geld jemand zu Beginn der Reise beigesteuert hatte, desto mehr Lohn gab es am Ende. Leider nahmen nicht alle Reise ein gutes Ende. Dieser Runenstand wurde von einem Sohn zu Ehren seines Vaters und seiner Besatzung aufgestellt, die auf See verloren gingen. Das ist der Nachteil auch gewesen. Da sind doch halt viele nicht mehr angekommen oder überhaupt nicht mal, haben überhaupt nicht das Ziel erreicht, weil Sturm untergegangen. Ich meine, es war immer eine gefährliche Reise, was sie da auf sich genommen haben. 50 verschiedene Versionen, bis die richtige dabei war. Uiuiui. Bei der Medienpräsenz von Wikinger-Themen ist es schwierig, sich von den anderen abzusetzen. Deshalb war es für die Marketing- und Grafik-Teams von Assassin's Creed Valhalla eine große Herausforderung, einen eigenen Look zu erschaffen. Zusammen haben sie Logos und Wappen erstellt, Schriftarten, Farben und Menüformen ausgewählt. Schließlich standen 50 verschiedene Logos zur Wahl, um das passendste zu finden. Das Logo mit den zwei Äxten unten rechts im Bild. Das war sicher eine schwere Geburt. Die türkise Farbe war schon sehr früh mit dabei, als Hommage an die Nordlichter, die den nordischen Himmel beleuchten. Zwei Äxte für den Kampf mit zwei Waffen bilden das A von Assassin's Creed. Am oberen Ende ist der Umriss eines Langhausdaches zu sehen. Mit filigranen Gravuren, die die nordische Handwerkskunst hervorheben. Und das blasse Gitternetz im Hintergrund erinnert daran, dass das alles eine Simulation des Animus ist. Ja, ist schon eine coole Idee. Ich muss aber sagen, ich finde es links oben sogar noch cooler mit dem Raben. Erstmal, ja, wunderschöne Idee, aber der Rabe ist cooler. Aber trotzdem eine gute, also das Symbol, dass es drei verschiedene Bedeutungen und so hat. Das ist schon cool. Da muss man halt auch erstmal drauf kommen und das auch so miteinander verbinden. Ist ja auch nicht so einfach. Das erkenne ich sehr gut, dass das sehr schwer ist. Wo ich Mediengestaltung gemacht habe, ähm, beim Fach-Abi. Das war ja mein Hauptthema. Das war gar nicht so einfach. Da war das halt auch großes Thema immer mit Logos und mit Schrift und alles. Mit Farben. Weil das muss halt richtig catchen und so. Muss ich ja dann dadurch verkaufen. Weil das ja die Werbung im Grunde ist. War schon, äh, war schon kompliziert. Was für das? Das war's. Die alten Skandinavier glaubten an ein riesiges Pantheon, mächtiger übernatürlicher Wesen. Diese Gottheiten unterstanden verschiedene Reiche, darunter auch das Meer. So wie der Ozean konnten Meeresgottheiten sowohl gütig als auch grausam sein. Viele Gottheiten beherrschten die Meere und Ozeane. Einer der wichtigsten war Njord, ein Gott aus dem Geschlecht der Vanen, war Nier. Er war der Vater der Zwillinge Frey und Freya, beide Fruchtbarkeitsgottheiten, und sorgten für die See, den Wind und die Fischer wie jeden auf diesem Schiff. Eine weitere Meeresgottheit war Aegir. Er war eigentlich kein Gott, sondern ein Riese und die Verkörperung des Meeres selbst. Sein Name bedeutet sogar Meer. Der Legende nach saß Aegir am Kopf einer großen Halle unter Wasser, wo all jene zusammenkamen, die auf See verloren gegangen waren, und speisten dort mit ihnen unter den Wellen. Aegirs Frau war die Göttin Ran, vom Geschlecht der Asen, Aesir, und nicht so freundlich wie ihr Ehemann. Sie verfolgten waghalsige Seemännern und Opfer von Schiffsunglücken, fingen sie mit ihren Netzen und zog sie hinab in die nassen Tiefen, um sie zu ersäufen. Okay. Eieiei. Alles PR. Ja klar, ich habe alles gelernt. Schnee, soweit das Auge reicht. Wunderschön. Damit man sich im Spiel leichter zurechtfindet, sollte es einen klaren Unterschied zwischen der englischen und der norwegischen Karte geben. Aus diesem Grund sind die Landschaften in Norwegen eisig und verschneit. Und es gibt nur wenige Straßen. Eigentlich ist Skandinavien gar nicht so karg, wie es oft dargestellt wird. Aber die raue Landschaft in Assassin's Creed Valhalla sollte dazu motivieren, schnell nach England aufzubrechen und Avors Geschichte fortzusetzen. Hä, ich wollte Norwegen bleiben. Deshalb haben sich die Grafik- und Level-Design-Teams an Bildmaterial von den Lofoten orientiert und deren schroffe Landschaft als Referenz verwendet. Ich wollte da gar nicht mehr weg. Durch ihre Formen und Formationen vermittelt diese Landschaft ein bedrohlicheres Gefühl, während die englische Flora üppig und lebendig wirkt. Das Gras auf der anderen Seite des Meeres ist schließlich immer grüner. Das Gras auf der anderen Seite des Meeres ist schließlich immer grüner.